hallo und herzlich willkommen zu k inga ja endlich eine weitere folge von diesem super schönen spiel wir haben hier zwei andere denke mittlerweile stehen und man auswählen drücken will steht da freigeschaltet mit dem schneckenlobquests bei dem anderen mit gebrochener schildquests das heißt wir müssen noch einige quests abschließen und hier die enzyklopädie schaut mal da habe ich jetzt mal rein geschaut hier bei den tags oder so rein lunzt da auf eine zum beispiel tonhütte drückt ihre diese technologie im spiel um alle details aufzuzeichnen also da scheint einiges zu geben wenn ich mir jetzt gebäude anschaue das hier nicht aber da stehen einiges an stats aber wo war es denn zum beispiel ein isoliertes haus und was ich nicht weiß was das bedeuten soll ist hier gibt es eine einzigartige kombination oder einzigartige kombinationen ich weiß nicht was die machen wird das habe ich jetzt schon bei einigen technologien gesehen dass das dort so auftaucht ja gute frage was das ist aber ihr seht hier gibt es sehr vieles einheiten haben wir noch so gut wie gar keine gesehen schrift rollenwächter das ist der der uns zeug verkauft glaube ich tiere fehlen uns auch noch einige also da wird noch sehr viel kommen die denker die vorne stehen die sind hier noch nicht mit drin warum auch immer keine ahnung und biome haben wir bisher acht nur zwei freigeschaltet ja also ihr seht schon sehr viel und wir sind ja nur bei den häusern wir können hier auf essen umschalten und selbst da gibt es zum beispiel bei der nutz pflanzen reihe ziehe einzigartige kombinationen ich weiß nicht was das bedeuten soll ich will jetzt aber auch mich selbst nicht wirklich spoilern damit mal gucken ob ich das eventuell mache aber ihr seht schon auch beim schild fällt oder so steinmine und schild fällt ergibt keine ahnung ja ich weiß auch nicht wie man sich das alles merken kann vielleicht hat mal der ingame zugriff drauf und wir gehen jetzt mal zum shop ich habe nämlich was interessantes gesehen wir haben ja bei jedem denker wir gehen mal noch mal zu den denkern passt auf jeder denke hat gespeicher die ideen büge eine technologie hinzu um sie für die nächste herausforderung zu speichern ich weiß nicht ob das genau das ist was wir kaufen können links gibt sie diese feste da hat jeder denke andere wir gehen jetzt einfach mal hin ich fand diese socken sehr interessant units will not alert beasts or other towns they pass by das heißt im besten falle können unsere arbeiter einfach an denen vorbeilaufen ohne dass die ja angreifen also wir sagen wir kaufen so eingeschaltet sehr schön und dann das hier klingt auch sehr gut eine birnen farm eine ranken farm die von bäumen hängt die bäume die fällen wir immer gerne aber ich hätte das trotzdem schon mal hier schnee outfits keine ahnung ob ich das möchte arbeiter können bei schneefall voller geschwindigkeit arbeiten und sich fortbewegen klingt auch sehr nützlich kommen das kaufen egal haben genug kammer unser kammer und drei neue schauen wir mal kurz rein was da gibt eine leinwand presse schützendes bienenhaus verängstigt und nutzpflanzen in der nähe düngen kleine tiere ablenkt verängstigt und okay nutzpflanzen düngt und bekommen wir mehr kaufen verdammt wanderer angelplattform eine plattform für tiefsee angeln die auf einem gezähnten wanderer gebaut du lieber was damit alles gibt sehr sehr cool das hier quest treibgut arena ist unsere quest auswählen und dann will er hier hin rennen ja genau kann ich da jetzt irgendwo habe ich ein eigenes bett eigentlich ah ja sumak genau dein denker verstanden kann ich da jetzt nutzpflanzen reihe das habe ich mir freigeschaltet gehabt oder wie kann ich das jetzt diese technologie vergessen das ist gesperrt okay also man kann sich diese sachen speichern wenn man nicht mehr will kann man die rausnehmen dafür was anderes okay okay und gebäudesicherheit hat er als special anscheinend ermöglicht die platzierung von gebäuden halb über den rand von klippen das habe ich mich auch immer gewundert aber umso mehr man sich damit beschäftigt umso mehr macht es auch sinn er hat zum beispiel gebäude werden errichtet sobald du die benötigt zu müssen besorgen kannst er hier hat geschärfte äxte verdoppelt den schaden und die abbaugeschwindigkeit und jetzt extrem schnell hat aber nur 160 gesundheit und er hier wie man sieht das ist nur ein ganz kleiner und das ist sein wächter er ist dann halt sehr langsam hat aber einiges an ja lebenspunkten ist auch genug gelabert wir sollen diese treibgut arena quest spielen es gilt inseln zu erkunden bestehe eine reihe maritime herausforderungen um zugang zum kiesel archipel zu erhalten das hier das haben wir ja schon mal erwähnt gehabt so arena mehrere an der küste treibenden schilfplattform auf denen man kämpfen kann so aufbrechen ich bin gespannt was das wird jetzt habe ich mir halt technologien gekauft anscheinend die keinen nutzen haben keine ahnung so wir schauen uns um was gibt es denn hier ziemlich klein auch inseln rücken wieder zusammen oder wie oder gibt es hier eine brücke irgendwas da unten sind wir ok da können wir hoch steinziegel naja lagerfeuerstätte wo platz kommen wir platzieren direkt hier wird schon passen inspiration erhalten was wählen wir denn eingegebettetes haus wie gesagt ich würde ja auch gerne mal sachen probieren die auch nicht so viel sinn machen weil man die anscheinend in der enzyklopädie freischalten kann baumaterial nicht in der nähe gefunden aber es macht auch nicht immer sinn wenn man hier zum beispiel sieht das hatten wir noch gar nicht ne voller regenschutz halbwind voll schnee ein red dach bauernhaus stroh gedecktes haus vier schilf und holz zwei schilf zwei holz runde holzhäuser besten weit voneinander gebaut werden naja gut das möchten wir ja nicht unbedingt ne zweimal vier 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 oh das ist groß könnten fruchtbar machen was höhen in der nähe werden fruchtbar echt jetzt moment komm das probieren wir aus das klingt cool und hier sind einige inspirationen direkt und mal hin alle kann ich das also hier es hieß ja ich kann so an den rand bauen halb an den rand so wäre das gedacht probiere ich mal ich will so ein gebäude bauen das sieht schon cool aus kommt kam jetzt auch schon stelzen hin was ein relikt aber wie komme ich daran das schwebt ja in der luft hier habe ich auch nicht gesehen hier ist auch ein ein eine seele keine ahnung irgendwas so nützpflanzen reihe bäckerei feld eingeprägt du hast diese technologie in erinnerung dieses denkers gespeichert da erscheint mir das jetzt feld ton warnung nicht in der nähe gefunden daher und das hier also die nützpflanzen reihe logisch und die kann ich doch was vielleicht haben wir sehr viel gras und bauen wir zwei davon was das weiß und schilf land beanspruchen soll ich hier noch ja und das ist ein wanderer genau den kann ich zähmen sand und hier ist eine schnecke könnte böse werden wir haben gesehen die können sehr viel schaden austeilen auch noch mal was wie kommen wir hier runter weg außen rum ah ja hier kann man runterlaufen und hier ok hat sich erledigt die frage hat sich erübrigt meine freunde dann renn mal hier hin der denker macht mir hoffentlich nichts kaputt und tada es wurde fruchtbar das land wie cool ist das denn okay hätte ich eigentlich direkt hier dann bauen können machst du bitte nicht meine gebäude kaputt das wäre sehr 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 freundlich ressourcen totem haben wir platziert so drücke rechts geht beim platzieren ja irgendwie hat das tut toll neu gefeuert ich habe nämlich zwei steam accounts so und das spiel war auf dem ein registriert ich habe den anderen aber gestartet und mir über die familienbibliothek das spiel geliehen die speicherstände hat er übernommen aber irgendwie keine ahnung das ist egal so eine steinmine so irgendwas war doch steinmine und schilf oder wie steinziegel abgebaut wird nicht gespannt wo das macht es lesen es noch mal ein minenschacht in einer bergflanke schaut mal wie cool ja eh gebaut so kapazität erreicht bauen wir häuser denken würde ich das hier so bauen oder dann ist das auch aber nur eine reihe vor dem hauses fruchtbar oder zwei das heißt ich müsste es ja eigentlich hier platzieren so ich den maximalen nutzen abkommen lass hier platzieren so bauen das so hier bringt man das fruchtbar halt jetzt zwar nichts ne höchstens hier jetzt hier ja ist halt besetzt aber ein paar häuser drei stück soll ich bauen so wo ist noch nichts fruchtbar hier das trockenes gras von daher hier auch geht so nicht hier das gar nicht so einfach zu platzieren damit wir das aber auch nutzen kann naja die musik ist cool platzieren wir hier halt noch eins am rand weil ich es cool finde das kann ich hier wählen treibgut arena da ist ja das schon das sind wir bei rufen 10 einer schnecke baumaterial nicht in der nähe freuen feuer bambus im überfluss das braucht schilf wird jetzt erst mal ja komm ne wir nehmen das einmal plus drei so oha haha also gar nicht mal so klein steht ja aber auch mehrere ne hier darf ich die dann platzieren hier aufm fessler ja gut ich muss wahrscheinlich oh was ist das denn äh was zum achso da ist ne wolke ich dachte mir was zur hölle dunkles wasser warte ok naja ignoriert es einfach so hier könnten wir später ne brücke bauen wenn wir hier irgendwo hoch kommen hehehe achja herrlich so wo ist mein denker ok komm mal her äh kannst du bitte hier hoch oh hier ist ein bienennest schütze in das bienenhaus ich hoffe das greift mich nicht an da stand ja nur lenkt oh oh das ist ne schnecke oder mach die nix solange ich wisst schon kann ich hier hoch hier ein weg ne ok äh ich würde es am liebsten nicht riskieren wollen wo komm ich denn hier das ist nicht viel ne hier gehts weiter das feuerbombergier was das ist aber hier da kommst du schnell dahin ohne dass was passiert das wäre sehr schön stein mien da ist schon einer drin ok oh ganz schön lange um einen ziegel hier herzustellen so neue technologie vielleicht noch ein haus 2 besser kann man nie genug haben so hier entlang laufen können sie dann äh dauert halt seine zeit mit mit es ist schon so gut gemacht ey vor allen dingen der muss ja einiges an ideen gehabt haben das ist schon wahnsinn inspirations erhalten ja dankeschön auf lotusteich schilffeld ja warning 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 alle ablehnen ratanhütte arbeiter erhalten regenhütte damit sie auch im regen arbeiten können oder weihrauch innerhalb des radios deines lager voll aroma verbessert die geschwindigkeit deiner männchen feuerstelle deines dorfes sind feuerstellen erweiterungen wie über deiner feuerstelle platziert und blockiert weitere feuerstellen erweiterungen ja gut ich glaube nicht dass das so bringt holznägel ähm ach soll ich da wirklich klingt alles nicht sooo super oder neu auswürfeln ziegelfokus ziegelwände nun gegen feuer und windschaden und haben doppelte gesundheit naja auch nicht verdammt das gefällt mir alles nicht komm komm hier erstmal rüber sicherheit so kann ich immer noch eine inspiration whale ratanhütte komm jetzt regnet es nie passt auf komm so das dauert eine ganze zeit hier haben wir gleich einen arbeiter mehr und kein schilf ja schilf müssen wir einiges abbauen baumaterial hm ist alles mais war das eine brücke technologie haben wir auch nicht da oben ist gar nichts ne ne schaut mal die map ey hm ähm komm ich brauche hier inspirations jetzt geht es nicht vorwärts sechs leute habe ich nicht viel müssen deutlich mehr werden hier die schnecke hätte ich gerne gezähmt aber das ist halt immer ein ja schwieriges unterfangen das ist ganz schön gefährlich vielleicht ich könnte auch einfach hier scheint er das gleiche symbol ja angriffssymbol angriffssymbol wanderer aber wanderer als oh als angriffseinheit das wäre schon ein highlight würde mir gefallen dem gegner wahrscheinlich nicht so aber soll es dir auch nicht gefallen so inspiration erhalten weihrauch arm schien deine fernkampfeinheiten sind präzise und fügen verbinden keinen schaden mehr zu ach das kann auch passieren das wusste ich gar nicht nehmen wir die doch so und wie bekomme ich jetzt diese treibgut genau das heißt ich müsste hier erstmal wahrscheinlich und beanspruchen sagen wir einfach mal das ist auch schilf ne ja hier ist schilf überall das hätte ich gerne bedeutet machen das so weiß ich nicht ob ich das hier so bauen kann sehen wir dann auf jeden fall ist hier noch eine installation die würde ich mir auch nehmen wollen hier oben ist die brücke so das ist gut wenn man aber nicht hoch zur brücke kommt dann kann man auch schlecht brückentechnologie ergattern oder wie seht ihr das da muss ich mir die irgendwo anders holen da hinten wäre noch einer aber das ist genau durch feindliches gebiet ich weiß nicht ob die uns so rechtlich gesund sind und optionale aufgaben finde auf der karte fünf relikte das wären die relikte die wir gesehen haben aber müssen wir auch erstmal irgendwie rankommen so das kann ich jetzt bauen okay gut zu wissen noch eine schilftechnologie wäre nicht verkehrt damit ich schilf anbauen kann so Bäckerei Birnenfarm Baumaterial nicht in der Nähe gefunden dazu brauchen wir Bambitz Bäckerei Ton wir könnten hier Felder aber wir haben hier eigentlich schon unsere Nutzpflanzenreihe die sollte eigentlich ne aber verbraucht Schilf haaa verbraucht auch Schilf verbraucht Ton ähm wir lassen das erstmal nicht mehr mehrere Inspirationen holen ich versuche mal da hoch zu gehen auf jeden Fall will ich alle Relikte haben wo gehst du jetzt oh die Schnecke ne kommst hier nicht hoch also muss es eine Technologie geben mit der ich hier irgendwie hoch komme oder ich brauche das wirklich von der anderen Seite oder einen Wanderer der Wanderer kommt da bestimmt hoch das Spiel ist bestimmt unfair und will mir sagen ey du brauchst so einen Wanderer oder hehehehe ja das wäre natürlich super mies das will man machen so 8 von 15 Nahrung in der Nähe 2 könnten vielleicht etwas mehr ja verbraucht wir haben halt Schilf in der Nähe 4 nur noch hier ist sehr viel Schilf ja soll ich es mit 8 Leuten versuchen so dich ausgeschlossen und dann ah das kann wieder in die Hose gehen ne läuft ihr die jetzt an oder ich will eigentlich nur das ganze Schilf hier haben mehr will ich nicht da war mir klar ok oh weh oh weh ob das was wird hier ihr sollt alle mithelfen ne ihr sollt hier nicht rumbauen und machen verdammt 5 Leute necke necke hier Leute ja ja ich hab's hat ja nichts gekostet ne oi 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 naja ok aber wir haben sie geschafft so so das tat aber sowas tut immer weh aber naja äh alle ablehnen komm Steinsuppe geflochtenes Seil erhöht Tierzeil ja danke super super Flächer werden jetzt aus Schiefer gemacht und sind vor Regen und Feuer geschützt Steinsuppe ähm ja dann muss ich die aber erstmal machen oder ich würfel ne neue Körbe Ressourcen mit voller Geschwindigkeit zu tragen ja komm so hier gibt es ein neues was jetzt ah necke kann die Schnecke die Schnecke kann ja auch nicht hier hoch ne ich hab gedacht die kann sich jetzt vertikal hier hochschnecken aber ist wohl nicht ist ist auf jeden Fall hätten wir jetzt hier Schilf ein bisschen was zur Verfügung unserer Nutzpflanzenreihe das aber komplett dann abgeerntet ist das habe ich auch nicht gesehen ja ich bin blind warum ist das jetzt naja ok so Inspiration Freudenfeuer ein Fest bei dem Bambus im Überfluss wächst ein Fest das Überfluss welches die Bedürfnisse jedes Haus erfüllt nein nein nehmen wir das Freudenfeuer so viermal Schilf und dann wächst Bambus ohne Ende können wir ja mal versuchen vielleicht holen wir uns dann was was Bambus gebaut werden kann oder so so unsere Schnecke nehmen wir halt natürlich als Kampfeinheit zur Verteidigung aber wir brauchen auf jeden Fall Nahrung das Beispiel fehlt das hängt jetzt alles hier ran hätte gerne einen und hätte ich hier kannst du bitte hier bauen und wo sind die anderen Bist du? Hallo? Hallo? Seid ihr alle? Ah ok die haben sich Material geholt ist in Ordnung so und du könntest bitte das äh mal beackern bestellen nicht bei Amazon so hahaha witz gemacht so wechseln zu Freudenfeuer vier von sechs Bevölkerung benötigt natürlich so die haben wir natürlich nicht hehehehe naja ok gut wir warten mal bis ich wieder ein paar mehr Leute hab oder bis was interessantes passiert bis gleich ja aber da haben wir doch schon was was interessantes hier wir müssen ja noch unsere Inspiration müssen wir noch erhalten schauen was dabei rumkommt wenn die jetzt überhaupt noch hier hoch und runter wenn ich das jetzt hier zugebaut hab das war natürlich wieder war ein hui move ne war sehr clever mal gucken wo er langläuft wenn ich sage hier runter mach dann ok und du hä? ohja ok haa er kann noch durchlaufen hahaha so ein Relikt erhalten aber was das bringt weiß ich nicht Inspiration und hier Sattel dass es zwei Passagiere oder Gegenstände transportieren kann Gegenstände transportieren wäre wahrscheinlich echt cool hmmm oder Gegenstände naja ich weiß aber nicht was das ach wir haben es nicht ausprobiert komm wir nehmen es einfach und wir haben jetzt gleich hier das Bambusfeuer dann nutzen wir das einfach mal und die Relikte werden zum Lagerfeuer gebracht ok zu wissen Pflanzenreihe kommen noch dritte frage mich arbeiten die da auch anständig Schilf ein Schilf habe ich ok hier sind keine Arbeiter was machen die alle hier die sind doch faul die stehen doch nur rum kannst du mir doch nicht erzählen dass die hallo ja ja einer arbeitet hier und der Rest guckt zu oder was was hier los Gebäude passieren abreißen habe ich keinen Schilf oder was dann auch hier irgendwie nicht sagen macht da was mit jetzt Schilf hätte er keine Ahnung was die da gerade machen komm bau mal ab ich 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 sag denn jetzt baut mal das Schilf ab mal gucken was wir machen jetzt lässt das liegen ok so der nächste nimmt es sich und was macht er damit er bringt es zum bauen so ok das ist ja in Ordnung wer sollt das hier die Nutzpflanzenreihe was ist damit kann ich vielleicht ein Gebäude abreißen hier könnt ihr jetzt daran arbeiten verstehe ich nicht ganz was die da wächst vollständig bei Regen oder zwischendurch oder nicht da wächst das jetzt wirklich nur wenn Regen kommt wieso 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 das wäre ja mies hat er eben da oben auch funktioniert verstehe ich nicht ok fest ist fest das aktivieren wir jetzt wenn wir ja sechs Bevölkerung haben haben wir noch nicht ok bis gleich ja der hui und verwirrt halt ne wie kann man sich die Sachen merken was wie in Kombination hier escape da haben wir das ganze ja auch und wir hatten eben wo war denn das Essen Ressourcen Steinmine in welcher Kombination war das mit mit der Steinmine müsste ich mal nochmal durch swappen was hier diese spezielle Kombination war mit dieser Steinmine war das Essen Schützpflanzenreihe nein Feld ah Feld war das Feld und Steinmine was auch immer das bedeuten soll wir müssten Felder freischalten ok muss ich mal merken aktuelles Risiko 5 ok das sollte kein Problem sein fest ausrichten geht noch nicht 5 von 6 wir sehen uns gleich wieder ja ne komisch die fangen jetzt automatisch an haben die Felder gebaut und er hier auch aber die ganze Zeit wenn ich es manuell gesagt habe hier bau mal haben sie das nicht gemacht finde ich ein bisschen seltsam wissen ob das bei Design ist aber hier jetzt rennt er hier her nimmt sich Schilf so passt auf was wird er wohl tun ah da ist ein Baum gewachsen so er rennt jetzt hier her und stellt die Nutzpflanzenreihe fertig und fängt die nächste an eben hat es nicht Funktion oh oh wo kommt der Alarm her schafft doch hoffentlich keiner meine Siedlung an oder ey Schnecke bleibst du wild bleib hier wenn ich jetzt angegriffen werde habe ich ein Problem ich habe keine Krieger gar nichts die haben viel mehr Leute wie haben die das gemacht ja viel besser als ich ja hier knallts ok ihr könnt euch von mir aus bekriegen solange es mich nicht tangiert soll mir das alles relativ kurz sein so ich muss aufpassen mit bösen Wörtern ne mittlerweile neue YouTube Richtlinie böse Wörter sind ganz böse werden ganz schlecht bewertet muss man drauf achten ne hier ist alles nur noch hier puffy puffy die lila wonder la la land ja keine bösen Wörter wort mit f naja so immer noch nur 5 Leute ja ne wie gesagt gleich wir sehen uns gleich wieder oh Denker verbannt ok also die sind wohl hinüber und wir haben einen aggressiven Gegner so wie es aussieht naja wir gucken was das wird oh Leute psch das Wort mit S und hört mit E auf äh äh Blitze und Brand und so hoffentlich kommt trockenes Gras ja haha kommt hier nicht runter ne es ist auf der oberen oh ok hoffentlich brennt sich das nicht hier rüber kann ich hier irgendwie sagen hier weg haha was war das waaah was hallo hallo ja hallo 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 hehehehe was ist der Helle ok ja seltsame Geräusche so du Dorfältester nimm doch mal deine Hake in die Hand kannst du auch ein bisschen mithelfen hier dich auch da raufsetzen ja ne sehr cool dauert dann zwar ein bisschen aber ne ist besser geschützt so und das sind wir auch wieder wir könnten hier mal unser Festhaus richten das werden wir auch tun so sehr viel Bambus wird wachsen ich zaubere euch den Bambuswald um euer Lagerfeuer betet betet auf das der Bambus wachsen wird um 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 dreimal schwarzer Kater ja waaah 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 angezeigt und da alles beachten muss als kleiner creator das ist schon das schon immer schön so händler eingetroffen und natürlich gehst du zuerst darüber zu denen natürlich ihr kapitalismus at its finest natürlich werden die reichen hier wieder belohnt zuerst naja genau anstatt zuerst mal zu mir zu kommen also bodenlose frechheit hier naja will man machen die welt wir haben mittlerweile zehn leute wir bräuchten neue technologie die frage ist darf ich mich das trauen aber das darf ich das hinten müsste auch noch gebaut werden 10 von 20 bevölkerung halbgut arena ja könnt ihr mal bitte überrichtet das arena fest aus naja gut das möchte ich ja noch nicht aus wir sind von daher kommen wir schauen mal ja ich würde gern mehr raussuchen damit ich die ja diese inspiration besser sehe sind alle bei den anderen hier doch wenn ich mit einer schnecke hier rüber gehe dann wird klar sein ist relativ schnell tilt und wie waren das noch wie sehe ich ob die die sind mehr neutral eingestellt gewünschte ressource keramik könnten wir versuchen herzustellen oder handeln hier mit unserem wanderer auf keramik geben die dem und dann sind die uns freundlich gesonnen oder so das wäre jetzt mit so meinen gedankengang es funktionieren wird und hier ist das also immer noch das feuerbomben gier ist das einfach so aufsammeln einfach feuerbomben dahinten hinschmeißen ohne die direkt anzugreifende verbrennen die dann gilt es als neutrale handlung so und jetzt kommt er natürlich hier zu uns gerannt als doch nicht zuerst zu den anderen ja so so muss das sein wir haben kein schilf mehr kann der muss der da runter damit er das so muss kann ich denn war da ja war der boom genau jetzt kann ich nicht handeln das ist ja mies so schnecke mach keinen mist fang keinen krieg an oder sowas ne läufst jetzt bitte hier runter mein denker sobald er die inspiration erhalten hat wird das auch tun und wenn wir wieder schilf haben muss ich hier ein gebiet erweitern haha ich werde die weltherrschaft an mich reisen jetzt kommen wir schnell zurück ich möchte hier handeln mit dem alfredo wie heißt er denn hast du keinen namen du heißt wanderer das ist natürlich erkannt nicht jetzt ist die bevölkerung aber explodiert ey jetzt haben die aber über nacht boah festival kölner karneval war war da abgeschlossen ja das ist sehr schön dann habe ich nämlich wieder schilf und eine inspiration komm schnell ey du sollst doch hier ja oh ne wehe mein denker wird jetzt vom blitzen getroffen ich will hier mit dem wanderer reden mit dem alfredo mit dem prombard mit dem gertr was ist denn mit dem gertrudido möchte ich reden hier prombard hallo prombard so geht doch ich hätte gerne keramik ne du gibst ne nix nix ich gebe ich will ich will immer nur im holz was haben wir am meisten ton kann ich dir mit ton schon sehr viel ton ne so annehmen und das paket stelle ich dann hier her jawoll sehr schön inspiration fel keramik pflicht nach dem spawnen wird ein mit wasser gefülltes keramik gefäß nach dem spawnen hä zur brandbekämpfung vor dem haus platzieren spawnen keine ahnung was das bedeutet bis gleich so keramik pflicht keine ahnung ich denke das wird spawnen sobald man ein haus gebaut hat aber wir brauchen hier keine brandbekämpfung auch wenn es hier dauernd brennt denn ich möchte hier den fischerturm ausprobieren so ok fischerturm was macht denn ein fischerturm bitte das ist schon mal cool aus das teil stellen wir ich hätte es gerne irgendwo offensichtlich eingestellt aber hier steht ein gebäude oder passt das noch ne natürlich nicht so also äh was Forderung äh fülle diese anfrage oder mach dich auf eine vergeltung gefasst oha 3 nahrung ok annehmen wirklich die sind deutlich stärker eigentlich wollte ich euch jetzt keramik schenken ihr pappnasen aber naja ein freundliches volk so fest mal hm das haus ist erfüllt nein nein möchte ich eigentlich nicht ah plus 1 karma gibt das aber ja komm ein signalfeuer kann man das hier bauen ne geht nicht und obwohl das geht hier ne ja so bauen wir einfach mal eins können wir später immer noch nutzen wenn wir möchten der fischerturm ist gebaut und schaut mal oah wie cool das aussieht ich sehe nur keine schnur aber das ist äh magic das ist ein magier fischerturm die tue machen d d d Forderung stellen, Fäschigkeit. Deine Großzügigkeit hat deinem Nachbarn geholfen. Größer und stärker, ja natürlich. Er fordert hier und sagt ey du gibst mir das sonst greif ich dich an und jetzt wird er auch noch stärker durch die Aktion. Diese Möps. Wie kann ich denen jetzt Keramik schenken, dass das Kollegen werden? Keine Ahnung. Gerade Table wird gebaut. Gerade Table. Ansonsten könnte doch mein Pferd wieder, was kann ich noch gebrochen? So ist immer noch am hier. Es dauert aber. Leute, so viel zu tun. Ihr müsst doch nur Toren abbauen. Nicht so schwer sein. Bin ich überfragt. Wir müssten doch jetzt eigentlich hier runter. Einer ist untätig. Komm dann. Du gehst jetzt. Oh und Schnee. Jetzt sehe ich nichts mehr. Das ist mies. Ah, da unten bauen sie schon ab. Sehr schön. Schau dir ab. Er hat Toren und die anderen Schilf. Warum? Rennen, mein Freund. Rennen. Zumindest sieht man so noch, ne? Steuerung festhalten über die und dann siehst du da oben... Ah ja, okay. Handel abgeschlossen. Sehr schön. So, diese Keramik. Kann ich denn irgendwie in Handel mit den Staaten? Ich hätte euch gerne gewünschte Ressourcen. Ah, was ist das denn? Magie. Oh, Magie. Er ist bereit? Möchte ich noch nicht? Handel abgeschlossen. Ah, wie kann ich denn noch mal so ein Handelsgebäude bauen? Geht. Fischereiwissen, ja. Fischertechnik. Okay, ja. Kann ich mit dir greifen? Möchte ich nicht. Wir laufen einfach mal rüber. Wir riskieren es einfach mal. So, wir rennen rüber. Ich bleibe jetzt immer in unserem Lagerfeuer stehen. Hier ist es schön warm, ne? Dachte ich mir. Ansonsten geht hier ja nicht mehr viel. Ohohohoho. Ja, wenn ihr untätig seid, könntet ihr mal irgendwas hier... Oder wir nehmen uns noch ne Schnecke und die Keramik. Die hätte ich auch gerne gehandelt. Mein Denker, der ist nicht rüber gerannt. Okay. Gut, genug. Ignoriert, was wir hier gemacht haben. Kommen die hier überhaupt noch raus? Ja. Sehen wir dann gleich. So, die Schnecke. Wo ist die denn? Hier. Schneckt herum. Jetzt gedacht, so, fest ausrichten. Komm, wir holen mal alle, die hier untätig sind. Schicken die hier her. Kommt. Dann richten wir das fest aus. Wir haben keinen Schilf mehr. So. Da kommt alle her. Oh, da kommen ja alle her. Ja gut. Kann das eben nur funktionieren. Verdenker. Ne, du bleibst hier unten. Ja, hier oben. Mit dir will ich ja handeln gehen. So, und jetzt automatisch versuchen die die Schnecke zu zähmen. Oh, oh, wie schnell das gerade geht. Schaut mal. Sehr schön. Oh, Schneckbärd. Schneckbärd wurde gezähmt. So, Tiersattel. Auf damit. Und hier hätte ich auch gerne noch einen. Wo ist der andere Schnecker? Boom. Was ist denn mit dir schon wieder? Soll es doch hier gar nicht. So, und einer, der untätig ist, der sammelt jetzt mal bitte hier dieses Zeug. So, vielleicht muss ich aber auch einfach nur hier Land beanspruchen, was getan wird. So, kann ich? Ich stehe jetzt zumindest mal eintreten. Kann ich hier handeln mit euch? Okay. Annehmen. Okay, jetzt könnte ich wieder handeln. Denkt mir aber nix. Würde ich lieber hier die Brückentechnologie. Wo war die? Da runter mit dir. Na? Irgendwie funktionieren im Moment nicht so gut mit dem Navigieren zu den... Kannst du einen Arbeiter machen? Komm mal hierher. So, hier ist Kampftechnologie. Oh, das ist wichtig. Ja, das brauchen wir. Dann da unten die Brückentechnologie. Ich habe den Gegner auch Qualität erreicht. Ja, das ist auch gut so. Ich brauche noch... Zwei Häuser gehen noch. Werke kommt nicht von alleine. Oh. Zwei Schneckberts. Ich komme da hier hoch. Hier vielleicht auch noch das Schilf. Weil wir haben ja noch 25, das reicht erstmal. Denker, da ist er. Kaserne, Bogenplatz. Äh, Kaserne. So, was ist das? Einzigartige Technologien. Wilde Krieger mit einem Turmschild aus, die öfter Angriffe blocken. Synergie, Kaserne und Steinmine. Okay. Also haben wir einfach nur durch dieses Gebäude eine Synergie, oder was? Okay. Hatte das hier... Aha. Okay. So soll das funktionieren? Hab ich jetzt zwei Gebäude, oder wie hat die Synergie jetzt funktioniert? Ich bin ein bisschen verwirrt. So, das stelle ich hier hin. Eisbrecher entdeckt. Boah. Dieses große Tier hat diesen Ort als Ziel für seine Migration gewählt. Wie? Das ist ja cool. Werde ich gerade angegriffen, oder was? Nee. Nee. Scha... Oh, nee, 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 nee. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo sind meine Schneckbärs? Warum greift ihr mich an? Ich hab nix getan. Nee. Grenzt du jetzt bald? Sag mal. Kannst du nicht stehen bleiben hier? So. Fangen die hier voll Krieg an. Hier, hier, hier. Greif den an, greif den an. Denker weg, Denker weg. Jetzt wollen sie es aber wissen hier. Wäschheit, was soll das? So, der Denker muss... Ah, Gensicherheit. Jetzt greifen die jetzt hier voll meine Leute an. Ich glaub, es hackt. Oh, ey. Dreist. Nee, komm hier weg. Komm hier weg, komm hier weg, komm hier weg. Oh, 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 oh. Geht denn hier ab? Hab aber nicht viele Leute verloren. So, ich hätte gerne das hier fertiggestellt. Nee, das war knapp. Technologie hab ich jetzt natürlich nicht bekommen, ne? Natürlich nicht. Greifen die mich einfach an? Sie waren doch neutral. Was soll das? Verhalten. Passiv. Und die Schnecken können Feuer löschen? Okay. Haha, wusste ich gar nicht. Wie cool ist das denn? Und das mit dieser Gefährlichkeit, ne? Events. Die Schnecken müssen jetzt aufpassen, dass wir... Schneckbärts löschen das Feuer. Ein Schneckbärts Feuerwehr. Schneckfeuerwehr. So, alles unter Kontrolle. Mal mit Kriegern besitzen. Also haben wir jetzt eine Steinmine gebaut? Und eine Kaserne, eine Steinmine und eine Kaserne. Geht dann zur Schildkaserne. Okay. Sehr cool. Und fertig, stellt bald. Hoff's doch. So, ihr könnt hier ruhig mithelfen, ne? Anstatt untätig zu sein. Hier. Abbauen. Der Nächste. Der Nächste. So. Der Lauf gibt's hier nicht. Schildkaterne. Fertig. Einer der untätig ist, könnte auch einfach hier rauf. Der Abwehr. Und wir haben immer noch nicht... Kann man das denn sammeln? Ich hätte das gerne aufgehoben, aber... Irgendwie... Das... Ne, kann ich nicht. Warum kann ich das nicht aufheben? Seltsam. Seltsame Kiste. Ziegel. Äh... Um Aufgaben abzuschließen. Wo habe ich denn die Ziegel gebraucht? Die Ziegel her. So. Natürlich aus der Steinmine, aber... Krieg ich die noch? Ja? Ja. Ein Ziegel noch. Okay. Hier, das kann ich einfach nicht einsammeln. Es passiert einfach nichts. Ich könnte mit dem hier handeln. Zwei... Treiben immer noch. Der kommt auch gerade wieder rüber. Ei, jawoll. Sehr schön. Wieder aufstocken. Und die Schildkaserne. Endlich. Fünf Leute hier rein. So. Sollte dann erstmal reichen. Vielleicht mache ich mit dem Fünf auch alles angebracht. So. Denker. Handel. Ziegel. Ich hätte gerne. Ähm... Ich bekomme Ziegel, weil mir das ein bisschen zu lange dauert. Äh... Was brauche ich denn? Schilf. Und ich gebe einen Haufen Ton. Annehmen. Nehmen. Nehmen. Ich gehe hierher und dann ist alles gut. Werden die Leute ausgewählt. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Mächtig. Und hätte ich... Ihr könnt bitte... Ecke besetzen. Okay. Also nun... Fünf Gesamtzahl Schildträger. Ja. Fünf an der Anzahl... An der in der... Und ein... Oh. Feuerbomber. Habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Wo ist der? Ist das ein Feuerbomber? Ne. Aber hier gibt es noch... einen Forderungstisch. So. Verhalten aggressiv. Erfülle diese Aufgabe. Du... Die möchten zwei Nahrungen. Darauf gehe ich noch ein. Annehmen. Dann müssten wir uns mal die Stärke dieses Stamms angucken, weil die fordern ganz schön viel. So langsam nervt das ein bisschen. Dass die uns so aggressiv gesinnt sind. Was ist das jetzt? Oh. Das ist schon wieder so eine Krabbe, ne? Leviathan. Ich hoffe, du willst nicht in meine Richtung rennen und dann... Machst dann irgendwas platt. Boah, ist das riesig. Ist einfach cool gemacht. So, sieht man irgendwie wie viele Leute die haben. Ne, ne? Überhang. Grundbau. Gut. Ich möchte auf jeden Fall diese ganzen Relikte haben. Das ist unser Ziel. Optionale. Dann auf jeden Fall... Oh, die andere. Was zur Hölle? Axtkrieger. Hä? Hä, sind das dieselben? Moment. Haben. Halten die das Tier oder was? Forderung erfüllt. Ja, okay. Sind auch Boote drumherum? Was denn? Ja, da ist ein anderes Volk, ne? Oha. Hahaha, jawoll. Jawoll. Komm. Tritt schön drauf. Ja, so ist schön. So ist schön. dafür dass er so aggressiv waren so unkooperativ verdient verdient ganz klar jetzt könnten wir eigentlich mal hingehen steuerung und linke maustaste und schicken die hierhin genauso den feuerbomber und meine zwei schnecken jetzt los macht ihren beruhigungs fest hier mit bongo bongo musik ja hoffentlich kommt der levia ohne der dreht sich nicht zu mir nicht in meine richtung nein nein spiel sei friedlich sei friedlich ich würde noch fünf hier rein schicken wir bereiten uns auf einen krieg angriff leute leute weg hier na das fiel wahrscheinlich nicht mal absichtlich gemacht ne kommt einfach nur herunter und da war es jetzt wirklich aggressiv ne glaube ich kommt hier runter so aber wäre es nicht cool dieser feuerkrieger den schick ich einfach hier hoch schildträger auch wenn die vielleicht schaden von der schnecke ausmachen und rücken der schnecke rüber und erlebieren der kommt genau auf unser wo ich muss den ältesten weg holen und der regeneriert sich auch gar nicht wie ich gerade sehe wenn wir wirklich nicht mehr abgeht ist die leute wiekohlen verdammt ok das ist mies warum macht er das ich war der liebe ich war der gute das ist nicht von Ey, das ist keine Fährigkeit. Das ist nicht von Fairness. Oh, nee. Krieg. Nee, nix Krieg. Ey, ihr könnt doch dieses Monstrum hier nicht. Jetzt aber. Komm mal raus hier, bevor ihr abgewaltzt werdet. Nein! Warum wollen die da hinrennen? Ey, Ausnahmesituation. Weg hier. Wo rennt sie jetzt hin? Muss wahrscheinlich mit den anderen Krieg führen, ne? Nein, 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 nein! Lässt das sich jetzt, kräbt das sich jetzt wirklich ein? In meinem Dorf? Und später darf es... Ja, und später kräbt es sich wieder aus und dann ist wieder alles kaputt, oder was? Oh, ist das frech. Das ist frech. Okay, meinen Dorfältesten, den lasse ich aber dann hier drüben. So, und dann hier brauchen wir wieder Nutzpflanzen rein, ne? So wie es aussieht. So, lieber. Gleich noch ein Haus, damit wieder alles fruchtbar wird. Wie gut das klappt. Hier ist jetzt dauerhaft trockenes Gras, da kann ich nichts mehr mitmachen, oder was? Das ist mies. Wir probieren es einfach mal. Ich soll hier noch ein Haus hin. So, kein Schilf. Wir könnten einfach unsere Reichweite noch mal erhöhen und würden hier noch mal was beanspruchen. Zwei Stück. So, dann haben wir genug Schilf. Und dann... Oh, ein Angriff. Eine, zwei. Plus. Kommt her, kommt her. Nö. Ach so. Sitzen hier schon auf der Schnecke. So, alle Angriff hier. Mal gucken. Wir sollten deutlich im Vorteil sein, ne? Mit Schild und Schwert. Und die haben einen Knüppel in der Hand. Also, es ist ja lächerlich. Wir müssen nur aufpassen. Der Feuerkrieger. Ja, der greift natürlich auch unsere eigenen Leute an. Das ist blöd, ne? Aber wir sehen... Oh, sehr effektive Krieger. Das gefällt mir. Inspirationserneuerung. Oh, hier kommt was. Forderung. Ablehnen. Am Arsch. Ups, jetzt habe ich ja ein böses Wort gesagt. Für den Algorithmus, Leute. Jawohl. Warum habe ich nur... Hier steht acht. Ich kann die anderen nicht wählen. Das ist wahrscheinlich, weil die auf der Schnecke sitzen. Äh, hallo? Oh, wenn die jetzt waschen, ist dann mein Ältester in Gefahr. Ich platziere die hier. Ah, die ra... Ja, oh, scheiße. Warum sind die so schnell? Komm, während die da unten kämpfen, schicke ich diese Flammen... Meine Feuerbomber, Schnecke und Krieger schicke ich hoch. So. Jetzt können sie ihr blaues Wunder erleben. Ältester ist sicher. Relativ. Das hier sollte für uns gar kein Problem sein. Auskapazität fünf. So, und das war's auch schon. Jetzt schicken wir alle hier hoch. So, jetzt, jetzt reicht's. Das ist, äh, Schluss. Wobei die Arbeiter, die können wir ja rauslassen aus der... ...Geschichte. Die haben damit nix zu tun. Und die Krieger reichen. Und der Dorfälteste da, der ist in Sicherheit. Den schicken wir dann gleich. Wenn wir hier alle besiegt haben, noch zu den Inspirationen. Und werden dann unsere Relikte einsammeln. Aber zuerst kommt die Brücke. Dann können wir uns nämlich um die Brücke kümmern. So, die Schnecke, die nimmt ganz schön viel Schaden raus hier. Müssen weniger Schaden abbekommen. Oh, okay. Jetzt kannst du schön die Leute hier angreifen. Ah, sehr cool. Kann ich dich auch, ähm, zum Relikt schicken, dass du das holen willst? So. Hier. Hier greift hier schön den Denker an. Hat's verdient. Hahaha. Da komm. Oh, oh. Greif doch net deine eigenen Leute an. Mensch. Jetzt schweißen diese Feuerbomber, die gehen mir net so ab. Hier wäre auch noch... Was wäre das gewesen? Gewehr! Ist net wahr. Gewehre. Okay, okay. Da müsste doch bald hinüber sein, oder? Wo rennt denn der jetzt eigentlich hin? Was jetzt auch mies ist, ne? Dass ein Denker so wenig Leben hat. Wenn der jetzt, äh, rüber käme, würde mein Denker jetzt einfach überraschen. Angriff. Der haut zwei, dreimal drauf. Und dann wäre, wäre ich verloren, oder? Was natürlich mies wäre. Aber nichtsdestotrotz, ich renne jetzt mal da hoch. Ich hole meine Schnecke. Befeidigung. Machen wir alles platt. Na komm, macht mir die Gebäude weg hier. So. Ja, ihr könnt diese Gebäude nicht zerstören, weil... Fehler. Schickt die mal weg und gucken, was passiert. Also rennen wir da hoch. Okay, da ist ein bisschen verbuggt, weil die auf dem Rand stehen. Anscheinend. Aber haben wir die jetzt besiegt? Ich, äh, ich hab halt keine Meldung bekommen. Oder ich hab sie nicht gesehen. Wäre ja nichts Neues, ne? So, nichtsdestotrotz, das scheint kaputt zu gehen, ohne dass die was machen. So, und jetzt haben wir endlich unsere... Hier, Pfahlfundamente. Waagerechte Pfähle, die auf... Äh, aus dem Klippenrand ragen. Material, Platzierung, Überhang. Nein. Hat Varianten. Bambusleiter. Weil die Bambusleuter... Bambusleuter, genau. Die ist wahrscheinlich besser. So. Zumindest mal, um das eine zu erreichen. Das hier... Kann ich die Relikte nur mit meinem... Banker... So, hier bauen wir dann eine Bambusleiter. Schaut mal. Oh, wie cool. So, einmal. Ist hier hoch genug? Ja. Lässt sich anpassen. Das ist sehr cool gemacht. Dann natürlich bitte auch. Nehmen wir jemanden, der untätig ist. Und schicken den... ...zum Bau. Einer. Kannst dich um... Ah. Ein bisschen fiddlig. Ist was fiddlig ist, ne? Noch einer. Kommt. Braucht noch einen Freiwilligen. So. Da unten. Wo müssen wir sonst noch hoch? Hier oben ist noch eine Erinnerung. Aber hier kommen wir ja sowieso hin. Da ist mit dem Denker... Das hier. Jawohl, bitte. Dann möchten wir noch hier hoch. So. Hier auch noch platziert. Hier kommen wir sowieso. Dann müssen wir die ganzen Relikte finden. Krieger. Eine neue Inspiration erwartet uns. Feuer. Und hier brauchen wir dann definitiv eine Brücke. Und ich hoffe, die bekommen wir noch. Kein Schilf. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier Schilf in der Nähe. Na gut, sagt er hier oben. Hehe. Da komme ich natürlich nicht dran, ne? So. Windmühle. Ein hoher Segelturm, der die Wolken wegschiebt und so dein Dorf schützt. Cool. Windmühle. Shaduf. Ein Bambusmechanismus, der Wasser für die Brandbekämpfung liefert. Ein Regenfänger. Alle ablehnen. Nein. Möchte ich auch nicht. Neu auswürfeln vielleicht. Schornsteinziegel, wenn ich schiefer dachte. Nein. Ich brauche was anderes. Was für eine Inspiration. Sag da mal nicht. Okay. Aber irgendwas mit Gebäuden, ne? Hier. Sieht aus wie ein Getrieberad. Produktion oder Wohngebäude. Wir schauen mal nach. So. Und ich finde es auch sehr liebevoll gemacht, dass hier, ja, diese Schneeschneisen drin sind. Wenn die hier durchlaufen. Finde ich echt cool. Und einem würde ich doch tatsächlich hier, lass mal, zu dir das nehmen. Bin ich mal gespannt. So. Inspiration. Neu auswürfeln. Kann ich mir nichts anderes wählen. Muss ich jetzt was wählen, oder was? Ich würde das gerne umgehen, ne? Weil wenn hier unten voll ist, dann komme ich nicht mehr an die Relikte dran. Müssen wir das ein anderes Mal machen. Besser drauf aufpassen. Komme ich natürlich jetzt nicht mehr hin. Das wäre wahrscheinlich mit dem Pfahlfundament gegangen. Wobei hier ist es. Hier. Die möchte ich haben. Stimmt. Da war die. Dann bauen wir die mal. Uh. Zieh dich hier ab. Du musst hier arbeiten. Möchte ich da hoch. So. Ich nehme alle mit. Steuerung, ne? Ne, mit Shift. Die kann ich mehrere wählen. Steuerung und Shift geht nicht. Okay, ich kann die nur so. Geht leider mit anders. Hier will keiner hoch. Ich weiß immer nicht. Ah, mit der. Steuerung. Echte Maustaste. Auch nicht. Ne. Geht nicht. Okay. Weiß nicht, wie ich die transportiert bekomme. Ich schicke die mal so hoch. So, und den Denker. Schicken wir jetzt hier hoch. Aber ich glaube, das wird nichts, weil. Ich müsste hier was wählen, ne? Ah, das ist echt mies. Jetzt was wähle, ist das halt hier unten drin. Und dann. Hab ich einen Fehler gemacht, ne? Ich wähle mal was. Ah, ne, es kommt da unten dazu. Und jetzt geht's. Okay. Okay, super. Passive Technologien lassen sich da unten einreihen, oder wie, oder was? Ich dachte, oh, oh. Ah, ne, da stand Feuer. Da stand Feuer, mein Denker, ne? Ah, ah, ah. Zum Glück, ey, komm. Mal schnell die Schnecke. Ne, 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 du rennst hier nicht ins Feuer. Bist du wahnsinnig. Das habe ich nicht geklickt. Hier. Schnecke soll kommen. Ah, jetzt ist ihr zu spät. Okay. So, was macht ihr hier? Habt ihr alle nichts zu tun, oder was? Hier wäre Schilf und sowas nötig. Das könnt ihr mal sammeln gehen. Ressourcentotem. Brücke. Da haben wir's doch. Kletterstangen. Ein langer Baumstamm mit Rillen, damit ein Volk Klippen erklimmen und den Täler durchqueren kann. Auch sehr cool. So, das braucht Bambus. Das braucht Holz. Hm. Kann ich damit auch über Kluften gebaut werden und sogar Höhenunterschiede überdrücken? Mit ein Volk Klippen erklimmen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das hier ist das Richtige, ne? Aber ich habe keinen Bambus. Aber wir hätten ja ein, hier, Freudenfeuer, bei dem Bambus wächst. Das platzieren wir einfach. So, mit der Brücke kann ich jetzt sagen. Zack. Jawoll. Haha. So geht das. Okay, und da ist auch noch eins. Da müssten wir dann so hin. Ist das noch irgendwie? Und wie sieht das jetzt mit diesen, das ist immer noch nicht gesammelt, ne? Ich finde auf der Karte fünf Relikte. Wie mache ich das? Wähle ich jetzt? Doch, wir haben Bambus. Glaub mir. Wir haben gleich Bambus und Hülle und Fülle. Genau. Hülle und Fülle. So, Inspiration erhalten. Festmahl. Karma. Baumaterial nicht in der Nähe gefunden, dass die Überfluss ist. Wie kann ich jetzt? Ich wollte doch hier ein Freudenfeuer bauen. Hat der mir jetzt was anderes? Okay. Naja. Soll halt nicht sein. So, und Schilf, wie gesagt, ihr habt hier genug Schilf überall. Ihr müsst nur sammeln gehen. Hier, untätige. Ein Stück. Geh mal hier hoch, da sammelst du mal. Ihr müsst noch nicht mal weit laufen. Wobei, ihr kommt hier nicht hoch. Ich sehe schon, ihr braucht hier auch wieder eine Bambusleiter. Bambus habt ihr ja schon wieder nicht. Weil alle. Hier fehlt auch Bambus. Okay. Ja, dann müsst ihr mal ein bisschen Abholzen gehen oder so. Was ist denn hier aus? Dann habe ich da irgendwo Bambus gesehen. Hier kommt ihr hier hoch. Und hier, schaut mal, hier ist sehr viel Bambus. So, hier hoch. Schaut mal, ist irgendwas verpackt. Das hier muss irgendwie abgerissen werden. Oder ich muss ihnen manuell sagen, du läufst jetzt hier hoch. Ah, okay, ich muss das manuell machen. Okay, dann jetzt bitte ab zum Zentrum. Macht er das auch? Ja, macht er. Okay. Also, wir müssen die manuell anwählen, ne? Damit du jetzt bist. Hier müssen wir auch Höhenunterschiede überbrücken. Wobei, hier ist, hier geht's runter. Müssen wir also nicht. Du, der dir hier hoch will. Ich manövriere ich manuell hierher. Und ich bekommst du keinen Blitz ab. Aber solange du nicht am, mit S und E am Ende das Wort bist, dann passiert doch nichts. So, sehr schön. Kannst du damit bitte auch zu unserem Dorf. So, und lieferst das hier dann ab. Best ausrichten. Und um hier hoch zu kommen, brauchen wir auch noch eine Bambusleiter. Alles klar, die stellen wir hier hin. Sehr schön. Ähm, 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 äh, egal. Jetzt regeneriert sich die Gesundheit. Das hat aber gedauert. So, hier hinten ist auch noch eins. Keiner untätig. Musst den jetzt zuerst mal zugucken. Wobei, dich, du, dich ziehe ich jetzt ab. Du hast ja keinen Bambus. Das war unnötig. Naja. So, aber jetzt habt ihr genug Bambus. Jetzt kann... Haha, kein Bambus ist jetzt keine Option mehr. Lügen ist nicht. Los. Los an die Arbeit. Auf geht's. Habt jetzt genug Bambus im Überfluss. Hier. Abbauen. Aber zackig. Na, komm. Sehr schön. So ist brav. So ist brav. So, helfen wir ein bisschen nach, damit das schneller geht. Okay, und schon fangen sie hier überall zu bauen und zu machen. So, und ich bin gespannt, ob wir hier rankommen. Hat entdeckt, dass auf der Karte mehr Inspiration erschienen ist. Hoch. Weiter hinten. Die müssten wir auch noch sammeln. Dann nehmen wir erst die. Das konnte keiner irgendwie... ...deckst keiner nehmen. Hier. Geh mal. Hol dir mal das Gewehrgier. Sieht aus da oben rechts wie... Oh, da wird Schwarzpulver eingefüllt. Einfach ein Rohr irgendwie. Selbst zu do-it-yourself, ne? Do-it-yourself-Gewehr. Weil das hier alles do-it-yourself ist. So, komm hierher. Das hier, bitte. Du siehst richtig. Nimm es dir. Nimm es dir gefallen. Ja. Jetzt schön ins Dorfzentrum transportieren. Wie viel haben wir bisher? Die stellen das alle auf einen Fleck, hoffe ich. Ja, okay. Zwei von fünf. Das kann aber nicht sein. Wir müssen schon drei haben. Ansonsten hätte ich ein Problem. Noch zu finden. Denn da ist noch eins. Ja, dann. Ja. Komm her. Ja, komm. Da kommst du auch nur hin, indem ich... Ja, hier Brücke wieder. Brücke. Schön. Was ist das? Das Ding ist mittlerweile kaputt, ne? Ähm, das war ja das Treibgut-Arena. Müssen wir auch nochmal bauen. So, und hierher. Na komm. Kannst du da... Ich glaube, das geht nicht. Äh... Hm. Start schon ein Haus irgendwie bauen, oder was? Stellst und steht da so, da kommt da nicht ran, ne? Hallo. Dann habe ich ihn jetzt schon wieder angewählt. Hier. Du kommst hierher. Verdammt. Okay, das ist bestimmt eine Challenge irgendwie. Da musst du was bauen, Fischerturm oder irgendwas. Weiß es nicht. Ne. Brücke. Ähm. Schade. Da muss mal... Da muss was anderes her wahrscheinlich. So, was hast du? Dein Lotus-Teil, Schifffeld, Seidenwebstuhl. Ablehnen. Brav. Von mir aus. So. Nächste. Irgendwie muss das gehen. Und wir haben jetzt einen... Gewehr. Wo ist der? Hätte ich gern gesehen. Ja. Januar. Genau. Oh, cool. Das ist sein Gewehr. Hehe. Wenn man Pause stellt, seht ihr auch, dass das 2D-Sprits sind. Clever gemacht. Schaut. Ressourcen wie beim alten Populus guckt. Sieht man jetzt schlecht, ne? Anderen vielleicht. Die Schlange ist tatsächlich 3D. Okay. Aber die Männchen. Seht ihr da? Alles 2D-Texturen. Hehe. Ja. Spart einen Haufen Ressourcen. So. Clever gemacht. Gute alte Technik in einem modernen Spiel verwendet. So ist das löblich. So. Hier komme ich nicht ran. Ich habe keine Lösung. Schildkaserne. Bambusleiter. Fest mal. Bambusleiter. Doch, Nussel. Das bringt uns alles nichts. Egal was ich hier bauen würde. Ja. Kann man vergessen. Es sei denn, ich bekomme das irgendwie. Gibt es noch irgendwas? Alarminstrument. Lager. Handelstisch. Alle ablehnen. Ziegelfokus. Lightfootness. Ah, da ist das. Was ich mal freigeschaltet hatte. Ist aber ein bisschen spät. So. Jetzt rennst du hier hin. Fliegender Teppich. Den kriegen wir jetzt. Dann können wir hier. Unser Relikt annehmen. So. Ich würde gerne wissen, wo ein drittes ist. Möchte man jetzt so ein Transparent tun. Ist hier fertig? Nicht fertiggestellt. Was ist hier los? Leute. Ihr seid untätig. Ja. Habt hier nichts fertiggestellt. Was soll der Mist? Oder ging das nicht, weil ich hier. Stellen habe ich das doch auch so gemacht. Noch gehen ohne das. Hey, du machst das hier jetzt. Ja. Dankeschön. Noch einer kann dann hier arbeiten. Damit ihr nicht so weit laufen müsst. Wobei. Heißt weit laufen. So viel Zeitunterschied ist das jetzt nicht, wenn die einen kurzen Bogen hier laufen. Wobei. Komm. Lass einfach platzieren. Dann ist gut. Gut. Wir haben genug Leute, die hier untätig rumstehen. Wird sich schon machen lassen. Das Freudenfeuer. Das kann man immer wieder bauen, oder? Weil hier noch ein. Nicht nochmal bauen. Aufzentrum von Freudenfeuer. Kann ich nicht bauen. Kann ich nicht bauen. Okay. Keine Ahnung warum. Hier ist eins. Da ist das andere. So, was hast du gefunden. So, was hast du gefunden? Überhang. Verstehen wir einiges aus. Einiges aus. Ach. Oh. Hier wäre das dann möglich. Kann man... Oh. Weil das jetzt überragt. Ich bin gespannt. Bald das fertig ist, können wir es ausprobieren. Nicht brauchen wir nur andere Inspirationen. Wo ist unser Denker? Hier. Hier ist noch eine Inspiration, aber das hat eher was mit Krieg zu tun. Hier hinten hätten wir noch irgendwas zum Entspannen. Irgendeine... Irgendwas zum Chillen. So, komm mal her. Ich meine, sonst wird das wieder nix. Ey, hierher. Bleibst du hier. Sehr schön. Arbeiten. So. Du. Ey. Komm mal. Alle Arbeitsfoul hier. Komm her. Na, er kommt immer noch nicht dran. Das kann ja wohl wahr sein. Wie soll man da rankommen? Ist das doch jetzt mies, oder nicht? Da muss ich jetzt irgendwie... Nee, keine Ahnung. Ah, eine Bambusleiter hier runter, oder was? Nee, dann ist das nicht. Kann ich das irgendwie... Beut abreißen? Ja. Da kann ich den irgendwie tricksen. Oder es ist ein Bug, dass ich hier nicht rankomme. Das ist natürlich... Das ist mies. Das ist mies. Ups. Upsi. Scheiße. Oh ja. Hier sind fest, ja. Ah, vielleicht... Nee, darauf kann ich nix bauen, ne? Dass ich damit vielleicht darüber gefahren wäre und dann was gebaut? Ich glaube, ich brauche so ein Wandertier. Find ich jetzt keins wahrscheinlich, ne? Kann ich das hier angreifen? Würde einer runtergefallen. Das funktioniert ja super. Oh Leute, ich glaube, wir lassen das mit dem Relikt und müssen sie ein andermal machen. Das hätte ich hier noch bekommen. Bogenplatz. Da brauche ich nicht. Holznägel, Ziegelwände. Ähm. Naja. Bei Würfeln, kein Karma vorhanden. Können uns dann auch nix im Shop kaufen. Und wenn wir an das eine Relikt hier nicht drankommen, brauchen wir die restlichen auch eigentlich gar nicht zu suchen. Hier wäre noch eins gewesen. Naja. War seltsam, dass das so in der Luft hängen muss. Ich glaube, das ist nicht gewollt, oder? Kann man vorstellen. Wir versuchen mal noch, ob das überhaupt erreichbar wäre. Auch nicht da noch aus, ne? Was ist er denn? Doch, der ist selektiert. Was macht er? Der nimmt das auf. Und wenn ich ihm nix sage, dann lässt er das jetzt. Und verkackt er das, ne? Ja. Nee, er rennt, er rennt. Wanderer hier oben. Ja, der bringt's zurück, automatisch. So, und dann fehlt uns nur noch das eine und da kommen wir nicht ran. Ist da was? Ich versuche mal aufcampen, ob hier wieder so ein Wanderervieh kommt. Hier, ist doch eins. Ist das vielleicht irgendwie, kann ich das zähmen? Können wir versuchen's. Mehr als schief gehen kann's nicht. Ähm, hier vielleicht ne Brücke bauen. Kommt schon. Oh weh, oh weh. Das ist ne gute Idee, war. Vor allen Dingen kommen wir ja jetzt nicht ran. Er ist wieder mein ganzes Dorf zerstört. Autsch. Einer ist schon tot. Ja. Diesen langen Bein ein, ein Malen dann. Ja. Er will auch nicht mehr runterkommen, ne? Boah. Weck zwei auf einen Schlag. Ey, jetzt ist aber. Hohohoho. Hoioioi. So, ich brauch mehr, ich brauch mehr Nahrung. Ich muss wieder aufstocken. Hier gehen die Leute aus. Dann müssen wir das Vieh irgendwie. Das gäbe hier einen Trick, ne? Für die Häuser. Ich könnte die immer wieder abreißen und dann wieder hinbauen, damit das Land fruchtbar wird. Aber, naja. So, da kommt's. Okay, komm. Träger nehm ich jetzt alle. Und die Arbeiter. So, ich brauch das. Ich brauch das Vieh. Ich brauch das Tier. Waukeh, wie schnell das geht. Ah, wenn man die richtigen Leute für den Job hat. Jawoll. So. Du, du kannst mir das jetzt holen, eben stimmt, oder? Könnte ich hier auch einen Tiersattel draufbauen? Das ist aber nur für die Schnecke, ne? So, ah, da sitzt schon einer drauf. Okay, ich sehe, ich sehe. So, jetzt bin ich gespannt. Kannst du dir noch die Inspiration nehmen? Holznägel, ja, irgendwas. Völlig egal. Jetzt, jetzt. Spannung ist hoch. Spannend wie ein Flitzebogen. Keine Nahrung. Nützpflanzenreihe gebaut. Wernahe 10. Blablabla. So, Moment. Ich hätte gerne das Relikt. Kannst du mir das. Kommst du da hoch. Packt ein bisschen rum, ne? Gehe hier erst auf die Seite. Wenn das Vieh so an den Seiten krabbeln kann. Dann, ich verpacke das hier jetzt so, dass hier gar nichts mehr geht. Kannst du mir bitte, ich möchte das hier haben. Jo. Jetzt hängt es an der Brücke, ne? Scheint nicht so wirklich zu... Ja, komm. Komm. Ah, ja, ah. Der Sache schon näher. Vielleicht hier zuerst hoch. Ah, ah, ja, ja, ja. So langsam. Was hätte ich hier noch gehabt? Regen, Fandament, Mühle, Schaduf? Nein. Alle ablehnen. Ach, komm. Schauen, schnell. Ist egal. Ist völlig egal, was ich hier will. Ich will einfach nur... Ja, komm, 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 komm. Ja, komm. Nimm's. Na? Na? Kann ich das aufheben, ne? Kann ich das aufheben, ne? Nicht hier. Kannst du... Wenn ich jetzt da drauf klick, ne? Dann fällt der da runter. Hundertprozentig. Ah, haha. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Na. Ist der jetzt runtergefallen? Ne. Aber es funktioniert nicht. Ihr seht's, ne? Ich kann hier machen, was ich spülle. Das geht einfach nicht. Ah, verdammt. Verpackt. Das ist schade. Jetzt steht er genau davor. So, komm, ich komm's einfach nicht. Das ist mies. Okay, ich mach davon ein Screenshot. Das muss gepostet werden. Das ist ärgerlich. Naja. Aber dann machen wir mir... Können wir hier speichern? Ne. Schade. Dann müssen wir wohl das fest ausrichten. Denn hier ist nicht mehr ranzukommen. Es sei denn, es gibt irgendeine Technologie, die das... ...möglichen kann. Vielleicht genau die, die wir nicht gewählt haben. Aber das sehen wir dann andermal. Fest ausrichten. So, kommt mal her. Ja. Boop, 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 boop. Ja, juhu, yeah. Den man kämpfen kann. So, jetzt... Und jetzt geht's ab hier. Das sind natürlich, äh... Super Kämpfe, ne? Äh, sind die da nur betäubt oder... 1,30... Ne, die... Die töten sich tatsächlich. Das ist deren Fest. Okay. Naja, gut. Wieder hat sie seine Bräuche oder wie war das? So. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Und wir haben die Karte freigeschaltet. Die Kiesel. Ein Paradies für Räuber und Piraten, da die schwer zu besiedelnden Inseln jederzeit von allen Seiten angegriffen werden können. Ach, du lieber. Auch wenn es friedlich erscheint, das Wetter kann schnell umschlagen. Boah, gibt es später hier noch Tsunami oder was? Bleibgut Arena, Karma, Freundenfeuer und Schneckensignalfeuer Karma bekommen. So. 4 Stunden 57 stimmt natürlich nicht. Das Spiel lief einfach nur im Hintergrund, aber naja. So, danke. Gut. Und das war unsere Quest für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss. Ist das? Der Ayuban.